Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu Dragon Ball Legends. Wir wollen ein bisschen Summonings machen wie jeden Sonntag. Kurze Info, ich werde das Video Uncut hochladen, weil ich heute auch ein bisschen was vorhabe. Ja, kommt auch gerne heute Abend in den Stream, Discord, da wird ihr natürlich eine Benachrichtigt. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Wir legen aber bei einem Summonings mit ein wenig langweiligem Stuff los. Allerdings, ich möchte natürlich in diesen Banner hier reingehen. Da gehen wir noch einmal rein, einfach, dass wir da noch ein bisschen was machen. Allerdings, wir gehen mit ein paar anderen Sachen jetzt auch mal rein. Ich werde das hier endlich mal öffnen. Und wir werden vom Master Pack sowie vom Rush auch noch mal öffnen. Deswegen sage ich, wir legen ein bisschen langweilig los. Das überspringen wir auch relativ schnell. Aber vielleicht kriegen wir ja dann Legends Limited oder irgendwas anderes, ein schönes Parking. Schauen wir mal. Aber ich ging gleich noch, es passiert schon Blut gegen den Gold Freezer. Okay, okay. Da hatte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, deswegen war ich ja schon aufgespringen. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe auch, dass ihr ein wundervolles Wochenende habt. Und dass es nicht allzu warm ist. Also, ihr merkt vielleicht auch, dass ich den Noise Gate rausgenommen habe. Einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass wir, oder dass ich da, ähm, dass der Audio einfach nicht so sauber klang. Und dass ich halt abgehackt klang. Und, ja, da muss ich halt sehr viel cutten. Macht mir eigentlich auch nichts, wenn ich die Zeit dafür habe. Aber, irgendwie auch in Streams klang es nicht ganz so toll, wo ich mir so ein Nachhinein was angeguckt hatte. Weil ich hatte mir nämlich auch ein bisschen was für den Stream aufgenommen. Für Dragon by Kakarot. Und, ähm, ja, das... Ich weiß noch nicht, ob ich das so verwende. Mal gucken. Gut. Ähm, da hatten wir jetzt auch nur den letzten Streams mit Goku. Den habe ich schon auf Full Power. So, den gehen wir mal durch. Wir haben ein paar Extrems. Frost und Ginyu Sparking. Uh, den habe ich aber auch, glaube ich, schon maxed, glaube ich. Nochmal Sparking, oh, Bartok, okay. Extreme, hmm, mal Gohan, okay. Der sind auch schon alle maxed, ja. Aber bei dem wusste ich jetzt nicht, ob ich den jetzt, äh... Doch, dann habe ich schon komplett maxed, auch die Senkai, okay. Gut, dann lasst uns in das Masterpack reingehen. Da hat man ja auch immer ein paar Tickets für bekommen. Durchs Anmelden und alles. Ja, ihr wisst ja, hier ist Masterpack. Da könnt ihr die ganzen Charakter ja auch... Haben alle eine Senkai, ähm... Erweckung. Die ganzen Sparkings. Das heißt, da freut man sich durchaus, wenn die Charakter hochgehen. Hier haben wir schon den Gohan, der... Wenn er stirbt, dass er Piccolo ruft. So, hier haben wir noch ein Goku Black. Der geht auf sieben Sterne. Sehr, sehr schön. Sogar auf 40 Sterne, besser gesagt. Also, maxed. Sehr nice. So, dann... Haben wir noch ein Goku. So. Ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare reinschauen, was ihr schön noch rausgezogen habt. Und dann haben wir noch ein Cell. So, und dann... Können wir... Können wir... Das hier öffnen. Da kriegen wir zwei Letzten's Limiteds. Da bin ich echt gespannt. Ich weiß noch nicht, ob man da auch noch mehr Tickets von bekommt. Aber... Ja. Öffnen einfach mal. Ich werde jetzt auch wieder mal springen, weil wir haben letztlich's Limited garantiert. Wir wollen ja auch noch ins Banner reingehen. Legend Limited. Legend Limited. Oh, der ist nice. Der ist sehr, sehr nice. Aber kriegt es auch noch mehr Charakter. Okay. Das ist nicht nur der eine Letzte, der man bespürt, sondern mit 10er Sammen. Da ist gerade was ungefallen, aber alles gut. So. Da ist jetzt gerade was aus dem Schrank rausgerutscht passiert. Ja. Ja. Ist ja auch ganz gut eigentlich. Aber den habe ich schon maxed. Ja, der schon maxed. Nicht. Denn nächstes Ticket. Geh mal rein. Komm. So, auch da mal wieder überspringen hier. Also, das ist Limited mal wieder ganz am Anfang. Oh, der Vegeta. Okay. Der Doria. Der Piccolo natürlich. Das ist nochmal so ein neues Parking. Oh, das ist nice. Broly mit Chile. Nice, nice. Super schon nimmbar. Mai. 2.19. Freezer. Hm, okay. Aber der Vegeta braucht auch noch sehr, sehr viel. Vor allem der Vegeta ist sehr, sehr weit oben. Also der Broly man nicht, aber der Vegeta ist auch nicht schlecht bisher. Gut. Dreimal kann man es anscheinend auch machen. Mal gucken, wo die Ticket zuher bekommt. Und gehen wir jetzt in den Step-Up rein. Ich bin gespannt, dass wir jetzt ziehen. Wir haben ja den einen Drachen haben wir schon gezogen. Oder das Super-Suppersion-Long fehlt mir halt noch. Und ein paar GT-Character. Ich würde schon wieder springen drücken, ey. Guck mal rein, was wir da schon kriegen. Wir gehen natürlich in den Super-Sageen. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt hier startet. Sabon. Oh, okay. Super-Sitzen. Son Goku. Recoom. Und Freezer dritte Form. Und das war es auch schon. Das ist auch schon deutlich höher. Ich mache es vor allem auch wegen den Münzen. Weil ich bei 14 Münzen bin, kriege ich ja auch die drei Tickets. Deswegen können wir da ja auch ein bisschen noch reingehen. So. Und ich habe vor allem Bock, den letzten Limited zu Guckoo zu ziehen. der die Genki-Dama schmeißt. Der Kid-Guckoo. Ihr wisst, welch ich nicht meine. Ingenyu. Yamcha. Nochmal Genyu. Schwankes Kind. Son Goku. Sasa. Den Krillin. Na, brauchen wir ja nix. Waren wir ja einen Schuss in den Ofen. Jetzt kriegen wir die Extrems garantiert. Okay. Guckoo. Gibt es oder Springen, was man wirklich braucht? Weil es sind x5 garantiert. Son Goku Blue. Der ist ja schon ein bisschen neuer. Das heißt, den habe ich noch nicht weit oben. Den 2.19. Den Topo. Winter Lember. Den Bulma. Mit Yamcha natürlich. Dabura. Cover. Cooler. Okay, noch mal keine Sparking? Roshi. Keine Sparking. Oh, ich habe so ein Pech, Alter. Come on. So ein Pech. So ein Pech, ey. So ein Pech. Gut. Letztes Summon vor die nächste Gratis ist. Also vorletztes Summon sowieso gesehen. Tau, bye, bye. Und hier haben wir auch leider nix garantiert. Ich glaube, es ist Barking. Aber wir haben jetzt halt keinen Bonus von wegen. So, dass du von wegen mindestens 2 Sparking rauskriegst. Super Saiyajin. Okay. So, ein Wünschen beglückt, meine Lieben. Cell, Anfangsform. Piccolo's Barking. Okay, den kenne ich glaube ich noch nicht. Videl. Shaosu. Son Goku. Cell. Cell Junior. Cyborg. The Dorya. Ach, come on. Ich habe kein Glück, oder? Krillin. Ach, scheiße. Come on. Kein Lack, Alter. Kein Lack. Gratis haben wir ihn. Komm, die gönnt jetzt. Komm. Komm, die Gratis haben wir ihn. Die gönnt jetzt. Base Form. Ah, böse. Ich glaube, in dem Banner habe ich gerade echt kein Lack. Super Saiyajin, okay. Also nicht Super Saiyajin, Base Form. Man nicht, sorry. Ah, wer weiß jetzt auch nicht mehr, schade. Cell. Tullis. Cell. Tension. Boogin. Yamcha. Tension Chandel, mal wieder. Pan. Sanko Kuhu. Ach komm, aber wir kriegen ja nichts, oder? Sanko Kuhu. Keine Sparking. Als... Ja gut, okay. Ja gut. Es kann nicht immer gut laufen. Allerdings, wir sind bei 13 Tickets. Und ich kriege ab 14, kriegen wir ja die, gehen wir ja hier die drei Tickets hier. Over 5% Chance auf 9 LL, haben Zeitkraft mit 1000. Da will ich auf jeden Fall hin. Das heißt, wir machen noch eine Summon für 500. Ist okay. Dann habe ich die Gems diesmal wirklich mal sehr aufgebraucht, nach dem ganzen Anniversary-Kram. Aber, ist halt so. Soll ich dazu entspringen jetzt mal kurz? Vielleicht haben wir hier Lack. Also wir haben Lack auf dem Sparking. Okay, das ist okay. Ist okay. Aber ist halt nichts, nichts, was ich haben will. Den habe ich auch schon maxed, glaube ich. Der ist maxed, oder? Der ist maxed. Okay. Ja, gut, okay. Gut. Aber dann tauche ich jetzt erstmal die 14 Dinge ein. Und dann holen wir jetzt die drei Tickets. Und die bringen jetzt bestimmt Glück. Come on. So. Ein Ticket. Das erste von dreien. Let's go. Vegeta ist am Start. Wir haben Lack, hoffentlich. Come on. Ich glaube, wir gehen jetzt auch schon sehr sauber, dass es einfach nicht gut läuft gerade. Broly. Oh, okay. Gönnt. Ich weiß gerade gar nicht, ob es... Doch, das müsste der sein, der aktuell die Senkai-Erweckung bekommen hat. Oh, der geht ein bisschen hoch. Warum nicht? Ja. Nehmen wir mit. Ist kein neuer, aber ey, komm. Nehmen wir mit. So. Denn Goku. Come on. Baseform, Junge. Rein da. Kamer M.H. Natürlich in der Baseform. Oh, okay. Okay, 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 okay. Und da kommt der liebe Vegeta, Alter. Der Vegeta. Sehr nice. Was kriegen wir schönes? Na, das ist wahrscheinlich ein Zonguan aus der Zukunft. Okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, ob der auch Senkai hat. Ne, der hat noch keine Senkai. Aber ey, der geht auf die 40er hinzu. Nice, nice. Dein letztes Ticket. Come on. So, Kami, H, M.H. Come on, los. Barlog. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich ihn habe. Uh, der geht maxed. Senkai ist. Ich weiß gar nicht, ob der Senkai hat. Ich glaube nicht, oder? Ne. Okay, wir haben keine von den neuen Characern bekommen. Aber ey, es sind viele Character hochgegangen. Es sind sogar ein paar Character auf 40 Stellen hochgegangen. Das ist doch immer schön. Und dann würde ich sagen, wir sind beim nächsten Video oder im Stream oder irgendwo anders im Discord zum Beispiel. Bis dann noch rein. Liebe Grüße, euer Luffy.